Und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Super Mario Land. So, wir sind hier in Weltnummero... Oh Gott, ich kann nicht... Oh, lass mich in Ruhe, du! Was bist du? Jetzt fliegt er mal einfach mal so voller Grazi hier runter. Ich glaube, ich hasse dieses Level. Was? Was ist denn hier passiert? Lass mich in Ruhe. Du bist hässlich und du siehst doof aus. Und jetzt fliegt er runter. So, so. Na komm her, du Kastanie. So, lass mich in Ruhe. Gott, das Teil hat mich ja hier noch erwischt. Das ist so... Ah! Das kann ich hier nicht hoch. Scheiben, Kleister. Und nein, du kriegst mich nicht. Doofe... Was? Und ich springe noch. Ich hätte nur runter... Ich hätte nur runtergehen müssen. Oh Gott, meine Leben, verabschieden Sie sich. Hier kann ich nicht. Hier kann ich nicht nicht. Ich auch nicht. Nein, lass mich! Ja, mir ist es jetzt auch egal, was ich hier mache. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ich möchte hier nur runter. Was ist das? Okay, da will man mich nicht hinlassen. Oh, okay. Konzentration. Oh Gott, meine Leben, die verabschieden sich. Oh Gott, meine Leben, die verabschieden sich. Da! Jetzt gehe ich hier rein. Renn! Okay, wir wissen... Mario, stell keinen Scheiß an. Alter! Ich sagte Mario, stell keinen Scheiß an. Und trotzdem magst du es. Meine Leben, die verabschieden sich. Nein! Lass mich! Ich hasse dieses Level. Was hasse ich nicht? Alles, was mich zum Kotzen bringt. Und das ist es. Oh. Nein, mein Pilz! Oh, das passt. Das passt. Also kann ich hier doch hoch... So, ich versuch's noch einmal. Okay. So, und tschüss. Warum nicht gleich so? Das ist hier. Ich bin auch nicht drunter. Um Gottes Willen. Ich bin da nur für einen Punkt hingegangen. Seid ihr bescheuert? Was? Worauf springst du? Worauf springst du, du alte... Ich dachte, der müsste erst mal auf den Boden fallen, damit der... Damit er so gesehen noch einmal abspringen kann. Lass mich in Ruhe, du Kastanier. Und was ist hier los? Um Gottes Willen. Fleisch fressende Pflanzen. Hier soll man erst mal rauskommen. Nein. Nochmal. Jetzt ist sie weg. Lass mich in Ruhe. Und was... Hier kriegt man Punkte, wenn man dafür runterfliegt, oder was? Ungefähr so. What? Ah, das ist kacke. Nein. Lass mich in Ruhe. Du stinkst und du bist hässlich. Das habe ich schon einmal gesagt. Bitte. Nein. Was bist du? Um Gottes Willen. Was seid ihr? Kannst du dich mal verabschieden, oder so? Das wird scheiße. Da, geh weg, du! Ich weiß nicht mal, was ihr seid. Sind wir hier bei irgendwelchen Mayas? Oh, nein! Ich hasse... Was? Was bist du? Achso. Oh. Ich dachte schon, wir müssten von neu anfangen. Das ist... Das wäre viel zu schwer. Jetzt lass mich in Ruhe! Ja! Ich habe mein Leben bekommen! Der Typ ist endlich weg. Oh. Das fliegende Mondgesicht ist weg. Da. Da, da, da. Oh, nein! Da kommt wieder so ein Mond. Was? Alter! Jetzt sei doch nicht so bescheuert zu mir. Oh. Da kommt so ein Ding runter jetzt, ne? Oh, 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 oh! Ich habe es ehrlich! So, jetzt lass mich doch mal. Du bist hässlich. Lass mich in Ruhe... Oh! Ja, na toll! Lass mich, sag dich! Uh! Entleben! Das kann es doch wohl nicht sein, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich das Spiel nicht so schaffe. Da, 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 da. Ba, la, la, la. Wie soll ich das machen? Seid ihr bescheuert? Oh! 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 Nein! Oh Gott! Nein! Nein! Alter! 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 Wie habe ich das gemacht? Nein! Schnell, bevor da noch so einer kommt. Oh nein! Nicht du! Uh! Lass mich! Nein! Nein! Oh nein! Was kommt das hier? Um Gottes Willen! Ich schaffe das doch nicht! Versuchen! Versuchen! Ja! Oh nein! Was denn? Ich war doch auf dem Stein! Warum gibt es hier nicht? Warum geht das nicht? Wo sind die Steine? Okay. Ich sage jetzt mit Absicht nichts. Bitte. Wie hätte ich das schaffen sollen? Oh, ich bin nicht hier woanders. Sehr gut. Stein? Geronimo! Um Gottes Willen. Lass mich. Kann ich hier hoch? Bitte! Nein! Lass mich hier hoch. Danke. Bitte, jetzt brauche ich einige Leben. Ich brauche einige Leben! Bitte, 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 bitte. Ich brauche Leben, ich brauche Leben. Ich muss endlich auf Leben plädieren oder kriegen. Ich weiß auch nicht. Bitte! Oh nein, ich kriege nur eins. Das ist doch kacke. Um Gottes Willen. Oh nein, du kriegst mich nicht, du Askaya. Na? Kann ich dich so? Ja, kann ich. Und das ist so schlecht. Lass mich in Ruhe. Du bist widerlich. Ich rein. Kriegt man auch wegen den Punkten irgendwo mal ein Leben? Nein, lass mich in Ruhe. Das war knapp. Sonst wäre ich noch in die Pflanze reingesprungen. Das wäre es ja noch. Oh nein, 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 nein. Was bist du? Lass mich bitte jetzt mal in Ruhe. Genau, wie kommt man hier hoch? Das ist auch wieder so ein Level, wo man da so hochkommt. Und ich nicht weiß wie. Okay. Nein. Du kriegst mich nicht. Okay. Das ist nicht mal schlecht. Schon wieder sowas. Wie komme ich denn da hin? Checker. Nein. Na? Lass mich. Nein. Ich glaube, das geht nicht. Um Gottes Willen. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, muss ich das von neu machen. Ich will das aber nicht von neu machen. Nein. Äh, nein. Alter. Jetzt wollte ich drauf springen und es ging nicht. Das ist doch kacke. Noch ein Leben, dann bin ich tot. Nein, 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 nein. So. Tschaka. So. Nein. Okay. Du. Was? Jetzt bleib doch mal. So. Schon wieder der gleiche Fehler. Das ist schon wieder der gleiche Fehler. X-Rack. Konzentrier dich mal. Es ist wieder der gleiche Fehler. Es kann es doch nicht sein. Vor allem, wie komme ich denn da hoch? Da, da. Wie komme ich da hoch? So. Nein. Gott, das hätte ich fast vergessen. So. Alter, wie geil. Das kann es doch nicht sein. Warum mache ich immer die gleichen Fehler? Oh mein Gott. Leute, wir sehen uns in diesem Level gleich wieder. Wenn ich das zu Ende... Oder was? Ich habe ein Continue? Ich habe ein Continue. Oh mein Gott. Ich habe ein Continue. Lass mich jetzt mal in Ruhe. Lass. Was? Das kann es doch nicht sein. Jetzt mal ganz im Ernst. Bitte, Mario. Mach doch keinen Scheiß. Da. Das geschieht dir mal recht. Spür die Paderklemmtner. Ja, das ist auch so eine Spinne. Wo ist eine Blume, wenn man sie braucht? Also das... Ich glaube, das Continue kann ich mir gleich irgendwo sonst irgendwo hinschieben, weil ich da draußen nichts machen kann. Ich bin einfach viel zu schlecht. Lass mich in Ruhe. Jetzt rauf. So. So. So, so. Einfach vorsichtig. Einfach ruhig. Und hier ruhig. Okay. Okay. Ja, ich konzentriere mich total. Das merkt man wahrscheinlich auch, ne? So. Du kannst mich mal. Spring mal runter, wenn du nur kannst. So. Pilz! Yeah. Und jetzt darf ich hier nichts falsch machen. So. Okay. Das ist schon mal... Ist das nicht das Teil, wo ich... Alter! Ja, das ist es! Das ist doch nicht so hässlich zu mir. Ich kann auch nichts dafür, dass ich nur ein armer kleiner Klempner bin. Klempner, Klempner. So. Pfff! Ja! Das Spiel ist so gnädig zu mir. Ahahaha! Schießt das Teil noch immer, wenn ich hier bin? Ne. Okay. Bitte lass mich in Ruhe! Ich hasse Spinnen! Nicht nur, weil ich ein Mädchen bin. Ich mag... Ich weiß nicht. Ich hab so... So einen Diskomfort. Wenn ich an... Wenn ich an sie denke. Meine Oma, die fasst Spinnen nur mit dem Staubsauger an. Mehr... Besser geht das da nicht. Okay, wie soll ich da durchkommen? Kann ich auf dem Ding eigentlich stehen? Ja, ohne dass mir was passiert. Haha! Oh. Kann man hier rein? Nein. Okay, bitte Level sehr bald zu Ende. Nein! Was? Nein! Das kann's nicht sein! Das kann's nicht sein! Oh Gott! Das Level war bestimmt schon fast zu Ende. Nein! Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich das endlich geschafft habe. Bis dann! Das war's für heute. Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.